So, komm, weg. Ist aber dann weg. Genau, dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz im Inventar. Da ist die Milch. Und ich glaube, die Milch haben wir nicht mal beim Testen hier benutzt. Und dann war sie aber weg. Richtig. Und vor allem ist lustig, weil da hat irgendeiner geschrieben, weil ich Katze ist glücklich und Milch ist benutzt. So, das kann ich sofort nutzen. Da. Mein Pleasure ist total geil. Wow. Also, boah. Der geht voll ab. Mein Pleasure. So, den kann ich auch benutzen. Ach, das ist der Schmerz. Ach, den kann man auch freispielen, den Schmerz. Nö, ist klar. Na gut, du brauchst ja beides, um ein Mensch zu sein. Äh. Was mache ich hier? Kann ich da die Socken hinbringen? Probierst du mal aus? Kannst die Socken hinhängen. Nein. Das wäre auch zu logisch. Natürlich. Also, wenn ihr da draußen langsam bescheuert werdet, das ist normal. Das ist hier gewollt. Da kann ich euch schon sagen, wir sind sie schon lange. Waffe. Das ist bestimmt die Mordwaffe. Da gehe ich von aus. Hm. Und wir sammeln sie einfach ein. Dann willst du noch Fingerabdrücke drauf. Nicht so pfiffig, denke ich. Nicht wirklich. Vor allem weiß ich auch nicht, was ich mit meinen komischen Keycard oder sowas machen soll. Die ich ja auch noch habe. Ich bin schon wieder hier. Kann ich denn da weiter? Nein. Kann ich da weiter? Nein. Ja. Ein toller Bildschirm, muss ich sagen. Will ich Polizei rufen? Nein. Natürlich nicht. A killer is a keen gardener. Ja. Also ein Gärtner. Schon mal. So. War das jetzt nicht der Raum, wo der Lichtschalter... Ich gehe da erstmal nicht rein. Hm. Da war es jetzt immer ein Dead End. Ja. Das tue ich euch erstmal nicht an. Ja, das haben wir schon. Wir wissen, dass die Story wählte. Tori, waren das jetzt die Konservativen oder waren das die... Äh, ich halte die Klappe, weil ich kriege es nicht mehr hin. Also müsste ich nachgoogeln. Du könntest ja mal. Nee, möchte ich nicht. Liebe Freunde da draußen. Ja, das wissen wir. Das hatten wir auch schon. Ich weiß aber nicht, was ich da machen soll. Das ist genau das Problem. Hm. Ja, da kann ich mit der Karte nichts machen. Ich kann sie mir nur angucken. Aha. Aha. Okay. Da ist schon mal... Ja, das ist schön. Das ist wahrscheinlich jetzt wirklich, ne? Wer ist es? Und du dir das? Alle. Alle. Im Zweifelsfall war es jeder. Fertig. Toll. Kirchengeher. Kinosucher. Ob der Schmur das durchgespielt hat? Ich glaube ja. Gehe ich davon aus. Ein Taurin? Taurin? Was ist das? Keine Ahnung. Entweder Taurin-süchtig oder ein Stier. Wer wäre denn ein Taurus? Dann gehen sie doch auf Latein. Oh, da ist die Tür locked. Moment. Oh. Wo ist die Schlüssel? Nein, natürlich nicht. Ja, ja. Du mir auch. Ich will nur anrufen. Ich will ja raus. Von hier verstehe ich nicht so wirklich, was man jetzt da noch... Wo es da irgendwie lang gehen sollte. Wenn es da lang geht. So, ich versuche mal parallel rauszufinden, worum es da jetzt wirklich geht in dem Spiel. Aber das ist natürlich nicht einfach. Nein, das ist glaube ich die. Mrs. Strait spielt das Klavier. Das ist schön. Ja, Mrs. Strait hat keinen Sinn für Humor. Aha, Mr. Dull hatte einen Sohn in der RAF. Jetzt wird es ganz geil. Jetzt wird es interessant. Damit hat übrigens ganz wichtig für die Leute, die das jetzt schon mal verstehen. Wir kennen zwar die Leiche, wir haben aber keinen Motiv, warum der irgendwie erledigt werden sollte. Wir wissen nicht, aber wir suchen trotzdem den Mörder. Na klar, warum nicht? Genau, das ist ja ein Videospiel. Da macht man ja was, weil... Ist halt so. Hates to part with a penny. Aha. Okay. The killer ist... Avid Reader. Was ist Avid? Was ist das? Oh, geil. Komm, noch ein Band. So. Nächstes Minigame. Ach du meine Fresse. Breakout oder was? Den Herzchen ausweichen. Ja, das war's schon, ne? Das war's schon. 20 Flowers make a bunch. 20 Blumen noch an einen Strauß. Toll, dann müsste ich ihn auch vielleicht noch einsammeln. Nein. Obwohl, wenn du die einsammelst, dann steigt das Herzchen. Oder? Ähm... 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 Gut, das sowieso. Ähm... Ja, ja. Ah... Ja. Jetzt wissen wir, es ist in der richtigen Stelle den Arm strecken. Ja. Das kennen wir doch eigentlich nicht vom Ritten. Mhm. Ja, das machen normalerweise andere Völker. So, jetzt hab ich verloren, ne? Weil ich da zu spät gerafft habe. Toll! Mäh... Äh... Äh... Okay. Okay. Okay, Bilder angucken hilft immer, ja. So, da kriegen wir noch mal was. Ah, wer hat Pleasure. Unsere Figur geht es aber auch scheißen gut. Geld. Komm. Weg. Ist noch kein Mensch, aber hat Geld. Schlüssel! Mhm. Wo war die Tür? Hier sind Socken. Jetzt kann ich aber... Jetzt kann ich aber... Vielleicht da hinhängen? Jetzt hab ich die aber nicht mehr, ne? Ach. Fuck. So, wo war die geschlossene Tür? Das ist mir scheißegal, sondern sind Curry grün und blau. Ich such die scheiß Tür. Ja, da waren wir auch schon überall. Ich such nur eine geschlossene Tür. Halt die Fresse. Da ist das auch die Geschichte, dass man sich an den grünen Türen orientieren kann, wo man gerade ist. Habe ich noch ein Video? Nein. Aber ich habe zwei Disketten ohne PC, oder? Du kannst ja mal Spaß haben, die Disketten auch im Fernsehen reintun. Wer weiß, ob was passiert. Oh mein Gott. Ich weiß, ich habe immer so Fantasien. Also es ist ein Videospiel. Wer weiß. Oh mein Gott. Dann hast du da noch ein Minispielchen spielst du mal so sich sechsen oder sowas. Wir probieren es aus. Kann aber natürlich auch sein, dass nichts passiert. Wir werden es gleich sehen. Erstmal wieder einen Fernseher finden. Ja, da waren wir überall schon. Da ist. Da. Nein. Machst du tatsächlich einen PC? Oder bei dem Spielern C64? Okay, hier war ich noch nicht. Erzählt er mir. So, da ist wieder ein Videoband. Dann gleich mal zum Fernseher laufen. Verkennst du nochmal mit dem Blumenballer richtig? Ah, geh nur lang. Und dass der mich nicht bescheuert macht. So. Genau. Tatsächlich. So. Und jetzt geh da oben rein. Nein. Nein, auch nicht durch mich durch. Ja, jetzt hast du alles möglich verloren, was auch immer das sein soll, das Kreuz. Wahrscheinlich, weil jede Benutung tödlich ist. Da habe ich kein Vergnügen mehr. Aber wenn er vom Kopf abprallt, dann ist es egal. Ja, du musst das ja oben ja reinballern, das ist ja immer schon klar, aber... Ah. Na. Das ist super. Nein, vor allem immer so ein paar Millimeter. Mein Gott. Und unten läuft die Zeit natürlich. Natürlich. Der Vater hat immer noch nicht gepasst. Sag mal auf hier. Werden verarscht. So. 45 Sekunden noch, oder was auch immer das für eine Zeitungabe ist. So, jetzt aber. Na, was denn? Das geht schon wieder schief, pass auf. Brauche ich noch mal eine Videoband. Das ist wahrscheinlich, wir sind jetzt in Anführungszeichen in einer Dead Zone. Genau, verloren. Genau, jetzt müssen wir wieder gucken, was wir ein Videoband haben. Und dann machen wir das tolle Minispiel nochmal. Super. Da ist ein Bullet. Zack. Mein Pleasure ist großartig. Wenn alles so großartig wäre wie mein Pleasure, dann würde es uns gut gehen. Mr. Strange has retired. Schön. Killer has no car. Na, immerhin. Du siehst übrigens, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich manchmal auch Prozente verliere. Hm, das ist der Fall. Das ist doch scheiße. Soll du dir kein Vergnügen mehr hast, dann hast du natürlich ein paar Prozente verloren. Ich finde das seltsam. Ja. Keinen Sinn für Humor habe ich bald auch nicht mehr. Ich hier nochmal wüsste, was wir noch so haben. Da waren wir schon. Aha. Das haben wir noch nicht. Okay. Das ist schön. Ja. Ja, wunderbar. Natürlich neben Fernseher aufgebracht. Warum nicht gleich so. Bis zum nächsten Mal.